Hi, hier ist Felix von Premo Homeboards und ich mache heute das Review über die Pink Powerballs. Die Rolle gibt es in 81A in Blau und in 78A in Pink. Die Rolle ist 72mm hoch und hat eine Auflagefläche von 32mm. Insgesamt ist er allerdings 45mm breit. Der Core ist Offset, das heißt, er sitzt nicht ganz in der Mitte, allerdings auch nicht ganz am Rand. Die Rolle ist designt zum Freeriden und hat ein ähnliches Shape wie die RLG bei den Freerides. Und erscheinen tun sie sich allerdings im Plane, also in der Zusammensetzung. Der Slide ist etwas härter, das heißt, man hat etwas weniger Grip, allerdings hält sie dafür auch länger. Man kann damit sehr lange Slides ziehen, die Rolle macht sehr viel Spaß und man hinterlässt auch Plane Lines. Kaufen könnt ihr die Rolle bei Premo Homeboards.de, da kriegt ihr eine super Beratung. Und ihr könnt gerne Fragen stellen, die schreiben wir euch gerne zurück. Bis dann, viel Spaß beim Skaten, das war's von mir.